Lasst geschehen YouTube, herzlich willkommen. Wir gucken uns heute die Patchnotes zu Clash Royale an, die am 23.01. erscheinen werden. Und wir besprechen Veränderung. Und ich kann euch versprechen, dass die Meta sich ganz schön krass ändern wird durch diese Balance Changes. Endlich, 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 endlich wird es mal angefasst. Und wir fangen erstmal an mit dem Eisgeist. Der kleine Eisgeist bekommt 10% weniger Schaden. Das heißt, der läuft ja, springt auf die Einheiten rauf und macht dann 10% weniger Schaden. Ist keine krasse Änderung, aber okay. Eisgeist, 10% weniger Schaden, kostet ja auch nur ein Elixier. So, jetzt kommt eine krasse Änderung und das sind die Elite-Barbaren. Wer hätte es gedacht, die werden richtig gut genervt. 4% bekommen sie weniger Leben, sie machen 4% weniger Schaden und ihr Angriff, mit dem sie angreifen, wird um 0,1 Sekunde langsamer. Das heißt, alles in allen werden die schwächer. Ob sie dann wirklich nicht mehr spielbar sind, sehen wir dann, wenn die Balance Changes raus ist und ob es da vielleicht irgendwas anderes gibt. Der Hog Rider ist ja immer noch stark, der wurde ja bis jetzt noch nicht verändert und ist auch mit der Meta der Elite-Barbaren stark. Ich sehe ja fast jedes Mal immer nur Decks Elite-Barbaren, Hog Rider, Elite-Barbaren, Hog Rider. Immer das Gleiche. Das andere sieht man nicht. So, und jetzt kommen wir zu einem anderen, eine Legendary-Karte, die genervt wird. Was ich gar nicht verstehen kann, dass man das macht. Aber es ist das Kampfholz. Das Kampfholz wird, äh, dem wird 4% Schaden weggenommen. Also es macht 4% weniger Schaden. Und das krasseste ist jetzt, das Zurückwerfen des Holzes. Also wenn das, das, das Holz rollt ja und stößt die dann zur Seite. Das wird verringert. Das Zurückwerfen wird verringert. Ich verstehe das nicht, warum man das Kampfholz schlechter macht. Es war am Anfang, ich glaube, die schlechteste Legendary-Karte. Und jetzt ist es einer der besten Legendary-Karts geworden. Und da verstehe ich den Knockback, dass man den nerft, verstehe ich nicht. Der 4% Schaden, okay, kann man machen. Aber dieses Zurückwerfen verstehe ich nicht. Aber, nun ja, Kampfholz wird genervt. Und der Metaminion wird wieder genervt. Der Megalakai, genau, der bekommt 4% weniger Schaden und er greift jetzt 0,1 Sekunde langsamer an. Also die Angriffe werden um 0,1 Sekunde verringert. Das heißt, ähm, ja, ihr wisst, Eingriff muss man nicht erklären. 4% weniger Schaden. Der war ja schon mal so auf dem Standard und wurde trotzdem oft gespielt. Ist immer, in meinen Augen, immer noch eine starke Karte, wenn sie von, wenn sie irgendwo hinten dran sitzt. Megalakai für 3 LX hier. Einfach eine Karte, die extrem, extrem stark ist. Und lohnt sich, auf jeden Fall. Megalakai, ob man die dann doch mitnimmt oder lieber doch die 3 Lakaien, weiß man nicht. Aber wir werden sehen, was kommt. So, und jetzt kommt, äh, was ganz krasses, der Ice Golem. Der Ice Golem wird jetzt, äh, sehr stark genervt. Der war ja 2 Elixierteuer und einer der besten Abwehrkarten, die es gibt. Also, wenn man die richtig positioniert hat, konntest du den Gegner um die ganze, äh, Lane da rumjagen. Du musst, du kannst die so gut ablenken mit dem Ice Golem. Und da wird jetzt das Leben um 5% reduziert und der Radius um den rum und die Verlangsamung, wenn der explodiert. Der explodiert ja und macht dann Schaden, ähm, und der Radius davon und die Todesexplosion selber, ne, die Verlangsamung davon, das wird alles reduziert. Wie viel das genaues weiß ich nicht, da steht nur drin, es wird reduziert. Ist krass. Also, der Ice Golem, 2 LX hier, 5% weniger Schaden. Der hat jetzt auf Level 8, ist der bei 1000, der ist bei, wartet, ich schau mal ganz kurz. Der ist bei, der Ice Golem ist bei, jetzt 1206 Trefferpunkte. Bei Level 8 ist nicht so krass der Nerf, 5% weniger ist so 1100, irgendwie, ich rechne jetzt Pi mal Daumen, ich will jetzt, ich kann eh nicht so gut Mathe. So, es ist nicht, ist nicht so der krasse Nerf. Aber der Radius und die Verlangsamung, dass das genervt wird, das ist schon krass, würde man sagen. Ich weiß noch nicht, wie groß der Radius ist. Das wird man denn sehen. Am 23. geht das ja live. Und dann, Bogenschützen. Die werden, die kriegen 4% weniger Leben. Verständlich, Megalakai hat weniger Schaden. Was hatte der Megalakai? 4% weniger Schaden. Und damit er aber trotzdem immer noch die Bogenschützen und One Hinten kann, haben die auch 4% weniger Leben. Das heißt, da kann der immer noch die 2 platt machen. Also, das ist das Bogenschützen. Jetzt kommen wir zu einer Karte, die in jedem Deck ist oder so gut wie in 90% der Decks. Der Knall. Der Knall wird genervt. Der bekommt 6% mehr Schaden. Nein, der bekommt weniger. Entschuldigung, das mehr ist falsch. Der bekommt 6% weniger Schaden. Der bekommt weniger Schaden. Wartet mal. Das, das, da, guck mal, seht ihr, das ist das. Wenn man, wenn man immer so viel, äh, machen muss. Weniger. Machen wir mal so. Dann machen wir hier weniger. Weniger. Dann nehmen wir das. Und dann machen wir das einmal hier so rüber. So. So, weniger. Der bekommt minus 6. Minus 6% Schaden. Der Knall. Der wird also genervt. Das heißt, damit kann man jetzt die Kobolde, die gespiegelt werden, in diesen Herausforderungen. Da ist man ja Level 9, Arena Level 9. Dann sind die Fässer, glaube ich, Level 3 oder 4. Und wenn man den ja spiegelt, dann ist der ja Level 5, glaube ich, oder so. Der ist auf jeden Fall ein Level höher. Und dann kann man die ja mit dem Knall, Zap, nicht mehr one-hitten. Wird das fast wieder ein bisschen nerviger. Das auf jeden Fall, äh, dazu. Das ist das mit dem Knall. Und jetzt kommt, äh, eine Karte, die natürlich durch den Knall automatisch auch genervt wird. Aber auch gebufft wird. Und das ist, finde ich, sogar sehr wichtig, weil die Karte gar nicht gespielt wird. Obwohl sie eine Legendary ist. Ich glaube, ihr wisst alle, von wo ich rede. Ich rede vom Elektromagier. Genau. Der Erscheinungsschaden, wenn der kommt, boom, ist ja ein Zap eigentlich, den er macht. Minus 6%. Ist klar, minus 6% Schaden. Aber er wird jetzt so gebufft, dass er mehr Leben dazu bekommt, sodass ihn ein Feuerball nicht mehr töten kann. Ein Feuerball kann den Elektromagier nicht mehr one-hitten. Ich glaube, die einzigste Legendary-Karte mit der Prinzessin zusammen, die mit dem Feuerball gewone-hitted werden kann. Der Eismagier zum Beispiel kann nicht gewone-hitted werden vom Feuerball. Ich denke mir mal, der wird so um die 10% mehr Leben kriegen oder so. Wenn ich das richtig sehe. Ich glaube, der Eismagier hat auch auf Level 1 550 Trefferpunkte. Und der Eismagier hat auf Level 2 schon 731. Also so um die 600. Ich denke mir mal, der wird so 5-6% dazukriegen, dass er so 600-650 Leben hat. Ungefähr so in dem Dreh. Also der bekommt auf jeden Fall ein bisschen was dazu. Das zum Elektromagier. Und jetzt kommt noch der Magier. Der Magier wird gebufft. Und zwar bekommt er 0,5% mehr Reichweite für seine Angriffe. Der wurde ja schon mal verstärkt, dass er beim Landen das erste Mal schneller angreifen kann. Und dann die nächsten Angriffe mehr Radius haben. Da müsst ihr euch mal vorstellen. Der hat jetzt. Jetzt hat der Magier. Wo ist der Magier? Magier. Du bist so toll. Der Magier hat jetzt eine Range von. Das ist mittlere Luft und Boden. Reichweite ist 5. Und jetzt, wenn der gebufft wird, hat er 5,5 Reichweite. Und das krasseste ist daran. Die, 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 ähm, die Musketier. Also das Musketier hat 6 Reichweite. Das heißt, der reicht um 0, minus 0,5 hat er weniger Reichweite als die, das Musketier. Das muss man sich mal geben. Das ist, das ist krass. Also der Magier wird definitiv in fast jedem Deck sein. Das heißt, diese ganzen Horden von Amardas, von Lakaienhorden und sowas. Und die werden es schwer haben in der nächsten Zeit. Weil man muss das Deck irgendwie so umbauen, dass der Knall Holz ersetzt wird für einen Magier. Und dann wieder noch für was anderes. Vielleicht kommen Pfeile auch wieder. Ich denke mir immer, Pfeile werden wieder reingenommen oder so. Das war es auf jeden Fall. Das sind die Patchnotes für den 23.01. Heute ist ja der 21.01. Ich wünsche allen einen schönen Samstag noch. Und ein schönes Wochenende. Ich bin raus und hoffe, euch hat es gefallen. Lasst einen Daumen da. Guckt unten in die Videobeschreibung. Spielesponsor. Könnt ihr mal gucken, ob ihr ein paar Games findet oder sowas. Alles kein Ref-Link. Will da, wie gesagt, kein Geld mitverdienen. Könnt ihr Handhaben wie ein Dachdecker. Danke fürs Zusehen. Und wir sehen uns im nächsten Clash Royale. Clash of Clans. Was auch immer für ein Video wieder. Tschüss. Bis dann.